Ok jetzt übertreibt man nicht. Immer bei den Leuten die sowas sagen. Wenn ich Solo spiele, dann schmeiß ich den in Sieg, ok? Oh nein, der hat mir die Waffe geklaut. Achso, ich kann dir die geben, ich kann dir die geben. Was ist denn das für eine? Das ist diese Rangapistole da. Achso, ich muss sagen, Mila ist eine Pickaxe, das ist voll geil einfach. Danke. Hier ist irgendwo ein Gegner. Ok, Sven, mein Wette, wenn ich eine Minute schaffe, äh, bekomme ich bin für Euro. Bei mir ist jemand, bei mir ist jemand. Ich wette mit dir, ich glaub, ich werde mindestens eine Minute 30 aushalten. Ab ein. Hast du doch schon. Ja, siehst du? Rutsch zum Team, ich gebe nicht nur eine Minute. Also, ey, ich hab Splashies, wenn ihr kommen würdet, dann würde ich uns alles splashen. Und das mit diesem Fall. Das werden wir nicht glauben fest daran nicht werden. Ich werde bald. Kratos im Shop sehen. Ich hoffe, aber ich hoffe, ich hab da noch mit Wiedsatz für ihn. Oh, dabei, da ist noch einer. Da kommt noch, da ist ein Bot. Hier ist auch noch jemand. 26er Hit, du. Bei mir, bei mir. Hä? Wo sind die? Oh! Oh! Okay, ich bin gleich tot, ich bin gleich tot. Ja, das, äh, hab ich gemerkt. Oh! Oh! Ja, sieh denn, der ist viel zu stark! Der ist tot. Nein! Wer wollte her? Der Bot hat mit seinen scheiß Granaten gekillt. Mhm. Das geht? Ja, wenn er dauernd, äh, äh, hält mir immer einer. Ah, danke. So alle warten, bis er, äh, halt stirbt und dann so seinen Hut gönnen. Das, das wär so mies bodenlos. So gut ist mein Hut noch gar nicht mal. Ich hab auch nur Schrott. Oh Gott, hier ist gar keine Waffen-Chester. Oh Gott! Ich hab auf jeden Fall meine Lieblings-Pump in blau. Ich weiß nicht, irgendwer atmet gerade dermaßen mies ins Mikro. Paulus. Und da ist, da sieht sich irgendeiner. Paulus. Paulus macht das immer. Ich weiß das, ich weiß das. Mein Mikro ist weit weg. Manchmal, manchmal, manchmal hör ich das auch in deinen Shorts drin. Wie schwer du atmest. Danke. Ja, Entschuldigung. Ich muss echt mal mehr Sport. Ja. 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 Also, ja. Ja, keine Ahnung. Ich sag einfach, ja. Ich mach das jetzt die Zeit. Naja, mach schon, mach schon. Und wie ist es so? Ja. Oh, das ist so. Doch, befreit. Na, wird ja nie jener oder ältere ältere älter. Ja, nein. Ich will hier auch runtergehen. Ich hab dann... ... Ich hab dann mal einen Granatenpil. ich bin die ich hab' nur eine graue Pistel ne Leute wirklich mehr habe ich nicht willst du willst du in äh da liegt meine äh meine grüne Pistel liegt da ne alles gut ich mach jetzt mit grauer Pistel Sven man holt sich dann in seinen Hut wenn wir tot sind weil er uns einsam ist so viel zu tun du gibst mir nur eine Minute ja es sah mehr schlimmer aus als es dann Peppi Katschuh komm mal her ja Peppi ähm ja hier ja warte ja 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 genau was auch man gesagt das ist ja alles gut mhm wir willst einen Diggi haben äh ja kann gut gehen liegt da ja sie sterben bestimmt ja du bist heute mal ein bisschen ruhiger obwohl du trotzdem noch wie ein Wasserfall redest aber ja ich hab gerade mit der Wasserbender weniger Fähigkeit fünf Kills in 30 Sekunden gemacht ja überpowered die sind alle umgestorben wie wie die fliegen ich hab zwei Sachen ja ich hab drei äh nein ich meine jetzt mit den Sagen aus dem Mund hä ähm das mit diesem vollspam tut mir leid ach so hä ich bin grad auch durcheinander hä äh ich verstehe ich für das gesperrte von voll aber das ist wo ich mehrmals ermahnt hab dann hatte ich ja mal für fünf Sekunden die zehn Sekunden und dann hat er ja weitergemacht und er hat den Enkel leider gleich für den ganzen Tag das tut mir leid und ich hab eine bessere Waffe für dich Sven ne ganz weit oh jetzt so und jetzt so legendär oder mythisch oder so ich brauch keine Waffe ich will ich spiel grad den ich spiel grad äh so bisschen Wasserbender weniger Fähigkeit kann nur sein dass ich dann halt mal schnell tot was leuchtet da hinten eigentlich Lila da ach so fuck well oha der war echt oh mein Gott ich hab mich grad mit mir echt das war vielleicht gar nicht so eine gute Idee wer Sven oder wer ja ich ja maaaam war nur diese Schockwilkranate ich hab ich hab's irgendwie in letzter Zeit nur Botlobys also es sind Bots die treffen dort aber die können irgendwie die sind tot die haben auch gar kein Schild und so äh von wo von wo von wo von wo das ist hier da ist ich bin das war jemand das war jemand da sind wir hinten ich bin Paulus ich will jetzt nicht sagen dass ich sie nicht gesehen habe aber es ist so so leute machen wir zum kanal macht ihr mit leute king kp 90 king paulus also king paulus 90 ich könnte dich abonnieren habe ich schon das ist ja road to 2000 leute wie viel geht es habt ihr ich habe halt alles dass wenn ich pfuschen geht dass ich dann direkt wieder verrecken ein paulus könnte das ja mit mir kennen müsste dass er mit mir bereits ist ja ich habe elf geht aber jetzt greifen mich die bot ich habe überhaupt keine guten waffen jetzt ich habe zwei graue ich habe das feuer eine alte und eine ungewöhnliche ich habe drei blauen also von auftrag ein stein zerstört stein meine irgendeine habe ich gerade erledigt für dich eigentlich ich habe ich habe drei blaue und eine Prozent 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 also diese wasserfähigkeit ist für Nahkampf nicht besser als ich dachte ich habe auch noch nicht ich bin ja aber dies auch für Nahkampf fantastisch auch jemand Feuerbindigung ich kann gehen weil ich habe ich brauche ich brauche ich brauche hier bekommst ich habe ich habe ich habe ich habe ich gekriegt wenn du wenn die Gegner von allen seiten hast ist es voll voll geil aber ich sehe was ich ganz richtig entspannt ich bin schade schade So als Plätze? Boah, ob ich das so entspannt finde? Komm, wir wieder mal einspielen. Och ne, da hab ich jetzt gar keinen Bock mehr drauf. Oh Mann, ich bin so... Na, ich hoffe mal, dass das jetzt stimmt. Das sind Kratos endlich, aber... Ich denke, es ist mein Gott. Ja, ich bin Ihnen noch schuldig, ne? Ja, wenn er mal irgendwann kommt, dann... Schon klar. Bis dahin, ist halt Warten. Da snipe jemand da hinten. Dann snipe zurück. Wenn du ne Sniper hast. Oder markieren. Da, ich seh'n. Bei mir, äh, ist da Frift. Ja. Ja, ich hör' seine Schüsse. Ist der... Hä? Wo schmeckt der denn? Ich hör' seine Schüsse, aber ich seh' sie nicht und ich kann sie auch nicht schmecken. Keine Ahnung. Hier unten ist er. Da ist er. Da ist er. Der ist tot. Der ist tot. Ey, meine Krone. Der Krone kommt hier auf. Ey. Hier, Leute. Da unten ist ein Gegner. Hallo. Ich hab' markiert. Der kommt zu... Kommt zu euch. Wo denn? Wer ist ein Kumpel gebildet? Da! Ich seh' den nicht. Das neid, das neid, das neid. Das neid, das neid. Hab' ihn schon gemacht. Ich hab' ihn zu euch, euch getrieben. Wir haben grad die Insel eingenommen. Guck, 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 du erschießt. Ja, der ist hinten beim Baum. Ey, der ist hier drüben. Oh Gott. Ist das ein teammate? Kann sein. Ja, der ist white, der ist white 22. Der ist low. Ja, da oben ist er. Bei mir ist der... Oh mein Gott. Ich bin tot. 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 Ja, die schießen. Ja, die schießen. Oh. Wo ist der? Wo ist der? Da oben noch ein Berg, Voki. Der war zu... Da war zu... Was war zu... Was war da? Ach, da ist... Ja, was war da? Ja, noch. Der ist weg, der ist hier oben. Nein, der ist doch bei mir. Ja... Jetzt ist er doch nicht. Alles gut. ja ich bin tot so macht zwei Erzsitzungen ich guck ich guck's werden mein Gott über den Stream zu der tut er sich ich guck auch grad's denn zu und dann und dann und jetzt rufst uns so ein Kind aus Afrika und ich guck bei der auch zu ich habe mich gerade mit einem echten Team angelegt das war nicht so eine gute Idee also ich habe jetzt mehrere echte schon gehabt aber die waren jetzt die haben mich fast geholt sagen wir mal so Sven Sven ja ähm machst du öfters Livestream oder ähm Fast jeden Tag ah Paulus macht auch fast regelmäßig äh fast 22 like schon ist das gut ja ich hoffe ihr Abteilung ne äh ja ich hatte ey kannst du äh warum seid ihr denn alle drei hier nicht oder nein 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 ich kann jetzt gar nichts der eine hat mich gekäht und dann bin ich im Sturm ähm gestorben ähm ja bei mir auch also der eine hat mich im Auto gewonnen ja bei mir hast du medkits ja da hast du medkits hab ich alle ne ne wo 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 who wo ist der eine ne ne hast du hast du have ich übersehen entschuldige Fliegt in die Wardschaft. Bei mir ist das Gameplay viel schneller als der Stream irgendwie. Geht nach da. Der Stream ist extra so. Achso, echt? Der ist verzögert, ja. Also soll das so sein, deswegen hab ich mich auch gewundert als ich bei Paulus gespielt habe. Ich bin nicht gestreamsnipe klein oder so. Ah. Ja. Das ist, äh, drin. Einer muss mich, glaub ich, gleich wieder hochholen. Nein, muss er gar nicht. Ey, haben die hier ne Skyways gebaut oder was? Ja. Irgendwer schießt schon wieder. Also ich bin schon da. Ich guck mal nach Heilung für euch. Ja, danke. Ich bin auf jeden Fall gleich wieder tot. Ich hab' geschafft, ich hab' einen Auto. Ich hab' 50 HP. Ich hab' nur 45. Ich hab' mit Kronen gestorben. Wie geht das? Bots. Aber haben Bots Kronen? Ich bezweifle das. Ach, mit Kronen. Ich hab' an der Zone verstanden. Nee, der, der hatte Kronen. Da lag doch einer. Da liegt, hier bei, 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 bei mir. Was ist denn eigentlich mit Pepe? Warum was hier? Nein, ey, das ist Bot. Ich schwör', das ist Bot. Ich hab' gekillt. Ich hab' gekillt. Sniper. Braucht jetzt jemand eine Teilung oder nicht? Pepe? Ich bräuchte euch. Nee, ich hab' grad'n Mad-Kill. Jo, der snipet einer. Der, äh, der ist... Ich versteh' grad irgendwie nix. Ich bin, guck... Ich bin grad auf dem Ruder. Pepe, heil dich doch mal. Komm mal her. Ich geb' dir ein Mad-Kill, Pepe. Bei Paulus und mir, bei Paulus und mir. Ach so. Pepe? Ich geh' in Schrift. Nee, ich hatte nur drei AP. Was hätt' ich machen? Ich komm, ich geh' zu Pepe und, äh, und Sven Mann. Wir kommen runter zu ihm. Jetzt ist er selber genug, der mich... Jetzt ist er tot. Der, der mich genockt hat, ist tot. Der hat jetzt seine Krone fallen lassen. Hat jemand von euch nen Hund? Gezug? Ja, ich... Ach so. Ich hab' einen! Haha! Ich wend' mir nur hoch. Das war, das war einfach... Das war einfach... Hast du's gesehen? Sven, hol dir deine Krone hin. Das war einfach ein Short. Ja. Ja, lass mir mal die Krone. Ich schwöre... Ich schwöre... Ich schwöre, ich... Das war grad' ein Quick-Score. Oh. Das war wirklich... Sven, der liegt keine Sniper. Ja, ja, ich weiß. Hier, hallo. Wo ist er? Heilt euch. Ihr kommt her. Ich heil' euch. Ich schwöre, ich hab' wirklich... Ich hab' auch... Ich hab' auch ne legendäre MP. Wir werden entweder hier oben sein. Aber ich denk' mal eher hier oben. Oder irgendwo hier hin. Warte, ist dein Paulus? Ohne... Oh, ich brauch' die Kone. Ahay, bei mir ist ein Sniper... Hey! Ist crack, ist crack! Warte, bei... Bei deinem... Ist gleich tot. Gott ist richtig gut gemacht. Wie man, du hast gerade dein... Vertrauen geschafft. Die legendäre hier ist die Meinung? Alter, du holst dir jetzt schon wieder einen Kronensieg und ich sterbe, weil ich nur mit 3 HP gegen einen Idioten mit einer Pumpkin angetreten bin. Hat jemand einen Sniper? Äh, ich hab's. Hier ist ein Gegner bei mir. Da hinten ist noch, da hinten liegt noch irgendwo ein Sniper, glaube ich. Ja, ich bin, ich bin zu weit weg von dem Sniper. Hey, wo ist denn Sven? Achso, dein... Da hinten ist ein Gegner, da hinten ist ein Gegner! Ja, sag ich doch. Total ist halt. Ich geh, ich fliege. Ja, hier hinten, da. Da irgendwo. Er holt seine Leute wieder, oder? Ja, holt er. Den hole ich jetzt. Boah, F. Sven, was machen wir dich? Ich wollte das Auto noch. Der Lüchter, der Lüchter, der Lüchter. Du sagst, der ist packt, der ist packt. Jetzt musst du reden, jetzt müsst ihr, jetzt müsst ihr die schütten. Dann sind Zapter verkackt. Ja, aber dann sterben sie halt. Wo, 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 wo? Da. Genau, sehr schön, töten jetzt. Da, 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 da ist der andere. Da ist der andere. Oh Mann, ich treff nix. Sehr schön. Ja Mann. GG. GG. Ich tanze erst mal. So Leute, das war eine gute Runde. 116 Kills, kann man mitgeben. Sehr stark. Ich glaub ich hab...